Ja, Leute! Oh, falsch. Ich hab nach rechts geguckt. Instinktiv. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Last Year. Last Year. Letztes Jahr, ne? Herzlich willkommen. Eigentlich gestern. Gestern lief schon richtig gut. Das war wirklich das erste Mal eintauchen ins Game. Und es war schon gigawitzig. Max hat uns richtig heftig gegen Wände geworfen. Tatweh, bin ich ehrlich. Aber wir haben auch herausgefunden, er kann sterben. Und ja, ich denke, es ist echt ziemlich cool. Aber lass mal reinjoinen, ne? Ja. Gerne doch. Und es geht wieder los. Ja, mit dabei ist die Sülze, mit der Sülze. Die Sülze mit der Sülze, Digga. Moin. Ich esse meine Sülze am liebsten mit Sülze. Schreibt doch mal in die Kommentare, wofür Sülze eigentlich steht. Nicht wahr? Ja, komm, ich nehm. Werde ich bis heute gefragt. Jedes Mal in jedem Stream. Woher steht denn Sülze eigentlich? Hey, das wissen die Leute doch eh schon. Ich bin heute übrigens Killer. Ja, ab in die Library. Library. Ich bin Killer. Ich bin Killer. Ich bin Killer. So. Killer gar mehr hier. Abfahrt. Ich fand die Library sah jetzt auf dem Bild sehr cool aus. Deshalb hab ich die jetzt einfach mal genommen. Also Sterzig am Anfang ist echt overwhelming mit der Steuerung. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich hab dann einfach euch ein bisschen ignoriert und hab mich damit auseinandergesetzt und dann ging's sehr schnell. Dann werd ich euch jetzt auch ignorieren. Perfekt. Lasst durchrunken. Was das mit den Spinnen auf sich hat, das würd ich gern nochmal wissen. Ja, die machen ja, haben die dir Damage gemacht, Max? Letzte Runde? Nein. Okay, klar. Das waren meine Mates quasi. Deine Homeboy. Deswegen waren, glaub ich, die Bärenfallen auch ne gute Kombo. Ja, voll. Mit den. Ah! Was los? Ah, egal. Ah! Ah! Ach ja, was ich machen wollte. Hä, was ist das? Hatszu! 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 Cheers! Okay, das ist unsere Aufgabe. Wir werden alle sterben. Ich bin der Assault. Das heißt, jede Runde hat Storyline, oder wie? Jede Map, wie meinst du? Ja, mein ich ja. Oh shit. Ich bin Medic! Ich hab ein Rohr in der Hand. Hey, das kann ich aufmachen, Leute. Oh! Die muss hier rein, die Disc. Achso, ich nehme die Tiefen hier. Die Disc hier reinstopfen. Alter, er ist so creepy. Let's go, let's go. Er ist so creepy. Die Disc hier reinstopfen. Was willst du mit einer Disc, Digga? Was willst du mit einer Disc, Digga? Ich krabbel euch an! Wer hat denn die Disc von euch? Alter, keiner. Ist er noch auf dem... Ah! Okay. Sorry, guys. Da, wo das blaue Zeichen ist, Kno. Digga, das ist viel offener als die Map eben. Ja, Digga. Wie kommen wir runter? Oh, was liegt hier? Das ist Scrapped. Damit kannst du Sachen craften. Oh, nee. Du drückst, hast du so ein Crafty-Menü. Alter, ich komm richtig Armada, Digga. Kommt. Geil, Mann. One-Hit-D. Ich hab... Oh, da ist eine Spinne. One-Hit-D. Wo seid ihr? Das ist unfassbar. Genau so stelle ich mir die Stimme von dem vor. Oh, mein Gott. Doch, nur... Ich will euch nur kennenlernen. Ey, das ist so eklig. Oh, mein Gott. Ich will nur... Ich wollt eingeladen vom Direktor. Oh, scheiße. Hilfe. Nein, bitte nicht Hilfe. Du, Laufens. So freaky. Hilfe, Laufens, Laufens, Laufens. Du freakst dich so fein an. Du fein. Ich hab die Disc, Leute. Geil, Digga. Lauf. Du, Furtier. Du, Furtier. Kommt sofort her. Meine Arme. Kommt mit meine Arme. Kommt mit meine Arme. In meine Arme. Nein, nein, das ist so eklig. Oh, mein Gott. Jeet. Du sollst doch in meine Arme kratzen. Leute, wo sind die anderen beiden? Hallo. Hallo. Das ist verloren, ne? Pah. Also, okay. Ich bin unterwegs. Ich hab die Disc nicht mehr. Er ist fast tot. Er ist auf ein Drittel leben. Er ist fast tot. Oh mein Gott. Oh. Ja, Junge. Hau die aufs Maul, ihn. Er hat keinen Schutz mehr. Mach ihn fertig. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Bring ihn um. Ja, hau ihn aufs Maul. Ja, ist er nicht fast tot? Das ist weg. Nee, das ist keine Drittel. Nee, nee, das ist die Ausdauer, glaube ich. Komm her. Oh, bitte lass das. Ja, das tut... Oh Gott. Aber warum seid ihr denn überhaupt hier? Ich hab euch Frieden geboten! Versteht ihr? Alter! Frieden! Frieden! Gott! Alter, ist das Spiel geil! Du musst uns retten, sonst sind wir Game Over. Wo ist denn der Rescue Room? Wird immer per Wallhack angezeigt. Ich seh den nicht. Ich seh einen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Christo, du willst das doch nicht machen. Da sind wir alle drin. Du willst doch nicht, du willst doch nicht mein Vertrauen missbrauchen, Christo. Doch doch. Aber, aber, das kannst du nicht machen. Warum nicht? Das kannst du nicht machen, Christo. Ich mach's aber. Ich vertrau dir. Das machst du nicht, Christo. Wenn man aus dem Raum kommt, ist man unbesiegbar eine gewisse Zeit lang. So, sind alle wieder da. Nein, nein, nein. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. So, wieviel ist das nicht? So und ich komm rein. So geht das nicht. So, das kannst du nicht einfach machen. Hallo, da ist doch jemand, ich höre noch was. Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall zusammenreißen. Da ist doch jemand langgelaufen. Wie einer nach dem anderen reingeht. Wie macht man denn Taschenlampe aus? Oh nein, oh nein, die Person ist gar nicht gestorben. Dein Ernst? Das ist jetzt nicht dein Ernst, das hast du nicht gemacht, wir waren Freunde, du hast einen Eintrag in meinem Freundebuch. Das war nur für Fame. Na gut, du hast, ich hab mich halt selber eingetragen, aber warte genug, gleich ist meine Kette wieder ready. Nein, 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 bitte nicht, lass deine Kette weg. Meine Kette ist doch gleich wieder da. Oh Gott, Hilfe Leute, der setzt gleich wieder seine Kupferkette ein. Nein, 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 du kannst doch nicht einfach weglaufen. Ich lauf nicht weg. Oh, Kno. Oh Mann. Auf sich so in eine Rolle reinzufinden, ist richtig gruselig. So wie der Ex, der nicht loslassen will. Kann doch nicht einfach weglaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist sogar mein Logo dran. Alles gut, Stelzig? Hand of Blood, ne? So, abwarten. Lass mal zusammenbleiben. Lass mal Papo helfen, los. Jo. Okay. Ah, daneben gekettet, ULR. Okay, es geht los, Leute. Was ist das mit dem Dengen? Er wird abgeschossen. Er wird abgeschossen. Meins, meins, meins. Wollen wir... Oh Gott. Was ist passiert? Es gibt also Pfeil-Damage, ja? Was? Lass zusammenbleiben. Ich bin. Ich kann euch nicht finden. Ich kann euch riechen. Lass zusammenbleiben, ja? Ja, ja. Komm mal, Papo rennt euch schon wieder kurz. Ja, ich renn, ich renn. Ich will, ich will den Winkel. Was willst du? Gnu, komm, komm, komm. Womit wir dann joinen? Lass ihn joinen. Ja. Wenn er kommt, fighten wir. Oh ja, er ist hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns. Okay, dann stell ich hier ein Ding auf, den kassiert er ein bisschen. Und ich mach hier Barrikade. Lass uns die Karte mal hier oben... Ja, lass uns die Karte mal oben eingeben. Ja. Ich hab die Karte. Go, 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 go. So. Dann hier hoch, hier hoch. Ihr macht doch jetzt keine Barrikade hier hin. Na klar. Na klar. Ah, Spinne. Hier kommt eine Spinne hinter uns. Ja, hab sie. Oh, oh, da ist er. Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Oh, ich bin so sauer. Ey, das glaubt ihr nicht. Dabei will ich doch einfach nur ein bisschen Zeit, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Perfekt, Leute, wenn ihr mich gerade reingemacht. Gut. Ich halte, ich halte. Okay. Abschloch. Ey, wir müssen noch eine Karte finden. Wir müssen noch eine Karte finden. Ja, noch eine. Die wird verriegelt. Das ist in Ordnung, wisst ihr. Okay, wo lang? Noch eine Karte. Bin schon fast da. Bin schon fast da. Bist du schon voll mit Heilung? Jetzt. Alter, ich kann jede Tür verrammeln. So, Kalle, falscher Ansatz, ne? Falscher Ansatz, Kalle. Er hat sich hin teleportiert. Oh, er ist tot. Ich hab mich getrettet. Ich hab mich getrettet. Nein. Alter, wie ich aussehe. Wie so ein Obdachloser. Lass ihn zuschitten, Digga. Mit seinem hässlichen Zahn und seinem Bart. Okay, Leute, ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Okay, Abfahrt, Abfahrt. Nice, nice, nice. Oh, das werdet ihr sowas von bereuen. Ich heile euch. Ich verriegel den Kasten. Ist er wieder da hoch? Mir wird nicht angezeigt, wo wir die hinbekommen. Er macht Ansage, wenn wir... Hier lang, hier lang, hier lang. Wenn einer entzieht, ja. Spinnen hier, macht die Spinnen weg, macht die Spinnen weg hinter mir. Jo, jo, ich mach Ansage, Digga. Perfekt. Sehr schön. Die Frage ist, wann spawnt er zurück? Das sagt er uns wahrscheinlich nicht. Und als wer. Achso, er kann jetzt wechseln? Ja, er kann sie immer teleportieren und wechselt, ja. Oh, Leute. Kommt rein, kommt rein, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Da war grad irgendwas... So, das geht rein. Aber wie kann ich den jetzt... Ere? Geil. Eine noch. Okay, ich verstehe grad nicht, wie ich respawnen kann, als der Geist-Typ. Ich glaube, der ist jetzt gone. Du musst jetzt wehneinander spielen. Ja, mach ich gerade, aber... Oh, du musst Steuerung drücken. Und hier, du legst gerade, du bist ja dicke jetzt, ne? Ja, ja. Ach, deswegen! Ah, jetzt verstehe ich. Warte mal auf Papo. Warte mal auf Papo. Jetzt verstehe ich. Mit Störung kannst du dich teleportieren. Achso. Okay, er ist hier drin irgendwo. Ja, der war direkt drin. Hier, hier. Hier, hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. hinter mir. Oh Gott. Warte, wir kommen. Alter, hab ich dich geboxt. Ja, ich mach mir kurz noch einen Helm. Hä, ich kann nichts dagegen machen. Äh, doch. Leute, er ist hinter mir her. Doch nicht. Ja, ne, er ist hinter uns. Ich hab ihn gefrügelt. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh Scheiße, ich hab mir die Beine gebrochen. Alles gut, alles gut. Dankeschön. Ey, du bist der Wallhead. Hände, komm her, ich heil dich. Hände, komm her, ich heil dich. Hände, komm her, ich heil dich. Hände, komm her, ich heil dich, du komm da reingest. Ich hab die Diskette, weg, 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 weg. Ja, besser ist es. Versperre die Tür. Abfahrt, Abfahrt, wir haben Zeit. Alles gut. Geil, 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 geil. Oh Gott. Was müssen wir jetzt machen? Hack the Computer, Digga. Wir müssen jetzt Hack auf den Computer packen. Okay, 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 lass hier weiter, oder? Ja. 5 Minuten und 30 noch, 45. Hier, hier lang, oder? Bei mir? Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist gut, hier ist gut. Ah, hier hätten wir auch noch reingekonnt, krass. Können wir mich in 5 Sekunden wiederholen, wenn ihr Bock habt? Ich bin in der Falle, kann mich wer befreien? Ja, ich komm. Okay, er kommt. Oh ja, dahinten kommt er. Wir können wieder hoch, wir können wieder hoch. Okay, wir können versuchen ihn zu killen. Oh, oh, Falle, Falle, Falle bei mir, zwei Fallen. Alter. Okay, er kommt. Ah, okay, vergesst mich, das war einfach noch drin. Sterzi, du bist so leid. Nee, so nicht. Oh, hab ich dich weggepfeffert. Das ist so gemein. Sterzi, ich hab dir nix getan. Sterzi, geh weg. Du, hä? Wie konnte ich dich nicht erwischen? Alter, du spielst um den Sonnenruhen. Das ist smart, der ist fast tot. Der ist fast tot. Press you in my color. Ich bin Hacker. Chat ist einfach so Allround-Talent. Er rennt weg, er rennt weg. Kann mich noch einer holen, oder? Ja, ich komme. Es sind grad nur sehr viele Spinnen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Alter, holy shit. Alter, dieses Türen zu machen, ist halt so weird, weil sobald du anfängst, kann ich nichts gegen die Tür machen. Ja, hab ich bemerkt, seitdem embrace ich das. Okay, Leute, er ist jetzt tot. Lass schnell befreien. Ich glaub, Christoph befreien, ne? Ne, ich bin, ich bin am Leben. Ich bin hier hinter der Tür oben. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da grad hochkomme. Durch das Gebäude. Einen Kill hab ich noch. Ja, ja, ja. Und da in der Nähe ist ja auch direkt unser Ziel. Der hässliche Spinne. Er ist oben bei der Tür. Er ist oben bei der Tür. Dann hörst du uns hier an. Ja, er steht vor der Tür. Wieso kann ich diese Spinne nicht töten? What? Mit Rechtsklick. Rechtsklick. Ja, ich hab sie nicht getroffen, wo ich die ganze Zeit auf sie eingeprügelt hab. Er ist immer noch bei mir. Er ist immer noch bei mir. Ich hab jetzt gehackt, es ist jetzt irgendwas auf. Jetzt geht er runter. Im Treppenhaus. Ja, jetzt kommt er runter. Okay, ich bin an der Kette. Hä, kann der nochmal spinnen? Ja, der revived vor ne Weile. Ich bin richtig sauer. Das ist für die Tür, die du zugemacht hast, du Arsch. Okay, ich bin tot, Leute. Ja, wir holen dich. Wir müssen halt zusammen die Leute immer befreien. Oh, ich genieße. Und erst wenn wir vier sind, müssen wir beide den Plot voranbringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tür dauert jetzt noch, bis dein Timer abgelaufen ist, bis wir die sehen. Ich hebele auf die Lagen jetzt. Braucht ihr noch Heilung oder geht's? Ich bin wieder Heilung. Die Heilung brauche ich nicht. Wo seid ihr? Hm? Ich bin so sauer auf euch. Kannst du dich mit dem nicht teleportieren, stärzig? Äh, doch, tatsächlich. Ihr seid halt wieder mega aufgeteilt, ne? Ich muss mich noch hallen. Doch, oder? Also ich, ich kann ja switchen. Ja, aber ich bin ja schon in der Nähe, wo ich muss. Mit dem kann ich mich auch teleportieren. Das ist anscheinend so ne generelle Skill. Ja, ja, okay. Dann geht's mit ein. Äh, ja, könnt ihr mich irgendwo befreien? Ja, sieben wir dich schon? Seh dich noch nicht. Ich stehe die Tür auch noch nicht. Ich stehe die Tür auch noch nicht. Jetzt? Ah, jetzt. Ja. Ach so. Ah, das meinst du, Carlo. Okay, hab's verstanden. Ja, ich hab bereits unten so'n Timer. Oh, okay. Nicht direkt eilen. Du regenerierst eh mit der Zeit. Echt? Okay, die Tür könnt ihr jetzt zumachen. Wen Christo noch reinkriegt? Jo. Okay. Ah, das könnt ihr nicht verriegeln. Das kann nur meine Klasse. Mhm. Ja. Gut. Und jetzt zu viert. Fokus feiern. Die Resistance, Digga. Abfahrt. Scheiße. Ja, direkt hoch, ne? Äh, ja. Okay, wo lang? Da lang. Okay, wir folgen Kalle. Ich bin runtergefallen. Bist du? Zieh durch. Zieh durch. Jo. War noch ein Weg. Okay, er kann hinter jeder Ecke lauern. Fertig. Wo bist du? So, eins plus eins gleich zwei. Oh, da ist er. Er ist da hinten. Ich bin an der Klasse. Oh, nein. Ey, wir haben die Tür offen. Ey, jetzt verfrüllen wir ihn. Die Tür ist offen. Hier, Leute. Die Tür ist hier offen. Tötet ihn, tötet ihn. Verfrüetet ihn. Lass ihn am Krüppeln nicht hinkommen. Verkrüppelt ihn. Ey, Mann. Das Einzige, was ich wollte, ist, dass ich Freunde haben. Und dann kommt ihr, ihr miesen Dreckssäcke. Ja. Jawoll. Und dann können wir rausgehen. Jetzt können wir rausgehen. T-Bag die Scheiße aus ihm raus, Alter. Well it. Voll arm. Scheiße. Oh, lol. Open the gate. Okay, Affa, ich kurbel. Oh, das war nicht die letzte Aufgabe? Du müsstest noch mal kurbeln. So traurig gewesen. Ja, ja. Es ist immer so ein Raum, wo man noch kurbelt. Alter, das Roleplay ist einfach unverstärzig. Ey, holy shit. Ich brauche mich einfach nicht. Okay, jetzt sollen wir escapen. Auf der anderen Seite. Oh, Spinn. Aber es stellt sich jetzt komplett tot, oder? Nein, nein. Oh, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Seine Killer respawn wohl nach einer Zeit. Hallo. Okay, da ist er. Da ist er, da ist er. Ach du Scheiße. Ja, ich mach mich jetzt zusammenbleiben. Ich mach mal mit dem Helm, dann lauf ich durch. Du mieser so. Helm ist auf. Axt in deinem Kopf. Axt in deinem Blöde. Wir müssen ihm helfen. Axt in deinem Blöde, die müssen ihm helfen. Axt in deinem Blöde, die müssen ihm helfen. Axt in deinem Blöde, die Kopf. Der darf ich nicht finishen. Ich krieg dich, Digga. Ja, er macht jetzt den Finisher. Du bist rausgegangen? Ja, ja. Da bist du wieder typisch, ey. Da bist du wieder Alleingänger. Du hübschst, ey. Das ist wieder stereotypisch. Ich hab die im Grunde der Stunde genutzt als Chat. Alter. Das hat richtig Bock gemacht. Aber richtig geile Runde. Richtig geile Runde. Das hat richtig Bock gemacht. Das Game ist viel geiler als Dead by Daylight, finde ich. Also es kann sein, dass die Abwechslung bei Dead by Daylight vielleicht höher ist. Aber wenn jede Map hier unik ist in der Story und was wir machen müssen. Ja. Übegeil. Warum zockt das keiner? Es zockt halt wirklich niemand. Also teilweise schreiben Leute als Rezensionen, dass das Spiel so richtig schlecht ist, weil es halt einfach keine Spieler mehr gibt. Und dabei ist es halt wirklich geil. Ja, ist so, Alter. Jetzt holt euch das. Influenz, Digga. So, Leute. Alter. Ja, so, Leute. Das war eine weitere Folge. So, Freunde. Last year. Es hat richtig Bock gemacht. Morgen geht's dann weiter. Ich bin sehr gespannt, was heute jetzt noch so passiert. Ich hab Bock weiter zu zocken. Also, schnell, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.